Und damit herzlich willkommen zu einem sehr kurzen und schneien Infovideo. Es ging darum, wir hatten uns letztes Mal zusammen im Livestream über das Spiel Clash of Clans gequatscht. Erstmal reden üben, das wäre wichtig, bevor wir das Video schauen. Na auf jeden Fall geht's darum, da habe ich gesagt, wäre doch eine geile Sache, wenn wir einen Plan gründen und gemeinsam versuchen, selbstverständlich der beste Plan bei Clash of Clans zu werden und nichts anderes haben wir jetzt schon angefangen. Es ist nicht gerade der kreativste Name, wie ihr das seht. Ich wollte mir eigentlich was Cooles ausdenken, aber ich dachte, gut, ich habe halt überall einen Punkt dazwischen geklatscht. Ich denke mal, man kann die ganze Sache noch umbenennen. Hoffe ich. Also, für die Leute, die Clash of Clans haben, eventuell ihren eigenen Plan in den Rücken zu drehen wollen, um einen viel, viel besseren Beizutreten und viele, viele Clankriege zu machen und einfach mal das Spiel komplett umzukrempeln, kommt einfach vorbei. S.O.L.K Aktuell noch, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob man das noch umbenennen kann. Das hier ist nicht mein Hauptaccount. Das habe ich jetzt gegründet, dass ich eventuell auch mal ein Video dazu machen kann. Das habe ich jetzt über BlueStacks, falls das jemand kennt. Simuliert eine Android-Umgebung auf dem Rechner. Mein eigentlicher Account ist... Ah, es sind schon zwei mit drin. Ah, die waren im Livestream mit dabei. Äh, das ist mein eigentlicher. Ich spiele es tatsächlich schon viele, viele Jahre. Mal mehr, mal weniger. Aktuell wieder sehr, sehr häufig. Darum wäre das ganz cool. Also wir brauchen mindestens zehn Leute, dass wir Clankriege machen können. Wenn natürlich mehr mit dabei sind, wäre das umso mehr, umso besser, wie es immer so heißt. Aber umbenennen... Wie gesagt, wenn ihr dann noch eine geile Idee habt, wie man den Plan nennen kann und alles Mögliche, gerne in die Kommentare rein oder hier im Chat mal reinschreiben. Hm, das soll es eigentlich schon wieder? gewesen sein. Ansonsten hoffe ich, dass der ein oder andere mit dazu stößt. Und wir... Komm, wir verbessern mal noch schnell eine Mauer. Und hier noch eine Mauer. Und hier noch eine Mauer. Habe ich schon gesagt, dass wir Mauern verbessern. Ich hoffe überhaupt, dass irgendjemand von euch noch das Spiel spielt. Ist ja jetzt schon etwas älter. Von Supercell. Aber immer noch mega. Also, soweit ich mein Handy in der Hand habe, und das passiert oft, bin ich meistens bei der Läscherft-Lenz aktuell online. Also, wie gesagt. Kommt vorbei. Spielt mit. Und wenn, seid aktiv. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.